Hallo zu Inside Politics, Claudio Schiesel mein Name. Neben mir Sven Knoll von der Südtiroler Freiheit. Wir stehen vor der sogenannten Freiheitsbank, wie du das gerade gesagt hast, im Südtiroler Landtag. Und heute gab es eine Pressekonferenz zum Thema Verfassungsreform in Italien. Sven, um was geht es dabei? Nun, es geht darum, dass der italienische Staat in diesem Herbst eine Abstimmung plant für eine Verfassungsreform, die aus dem italienischen Staat wieder einen sehr, sehr zentralistischen Staat machen soll. Und das hat gravierende Auswirkungen auf die Minderheiten, auf die sprachlich-kulturellen Minderheiten und im Besonderen natürlich auf autonome Regionen, wie es Südtirol eine ist, weil Autonomien natürlich im Widerspruch zu einem zentralen Staat stehen und das für Südtirol eine sehr, sehr große Gefährdung mit sich bringt. Denn mit dieser Verfassungsreform wird die italienische Regierung eine Klausel einbauen, ein sogenanntes nationales Interesse. Das bedeutet, dass der italienische Staat, wann immer es seiner Meinung nach opportun ist, in die Gesetzgebung unseres Landes eingreifen kann, eben dann im nationalen Interesse und sich somit über die Autonomie hinwegsetzen kann. Und das ist eine katastrophale Entwicklung für unsere Autonomie, denn damit wird de facto die Autonomie ausgehebelt. Du sprichst eigentlich den Artikel 117 an und in der Endfassung, also in der Konklusio, wenn man so möchte, wird auch angesprochen, dass der Staat sich sozusagen das Recht hervornimmt, bei nationalen und internationalen Interesse, zum Beispiel bei Ausbauprojekten von Flughäfen oder diversen anderen wirtschaftlichen oder infrastrukturellen Projekten sozusagen drüber zu fahren. Wie kann man sich das dann vorstellen? Nun, es geht eben nicht mehr nur um das politische Interesse, sondern es geht auch um das wirtschaftliche Interesse Italiens. Und hier weiß man ja, dass Italien wirtschaftlich sehr schlecht dasteht. Italien ist hoch verschuldet. Es gibt zwischen den Ländern und dem Staat einen Finanzrahmen, also einen Finanzausgleich. Und den könnte Italien zum Beispiel morgen einseitig brechen. Das hat es auch in der letzten Legislaturperiode schon einmal getan. Also diese Regelung, wie viel Südtirol von den Steuergeldern, die hier eingehoben werden, behalten kann, um die autonomen Kompetenzen wie Straßenverwaltung, Gesundheitsversorgung, Schulbildung und so weiter auszuüben. Da gibt es einen genauen Schlüssel, wie viel eben Südtirol von diesen Steuergeldern hier behalten kann. Das hat Italien einfach nicht mehr respektiert und diese Gelder einfach nicht mehr Südtirol zur Verfügung gestellt. Und das ist dann auf indirektem Wege auch eine Aushöhlung der Autonomie. Denn eine Autonomie muss ja auch finanziert werden. Das heißt, wenn morgen plötzlich kein Geld mehr für Schulen, Straßen oder Gesundheitswesen da ist, dann funktioniert die Autonomie auch nicht mehr. Und wir haben bereits gesehen, dass der italienische Staat ein eigenes Gesetz gemacht hat, die sogenannte Legge Salva Italia, also das Gesetz zur Rettung Italiens, wo man eben einfach gewisse Gelder nicht mehr ausbezahlt hat, um damit die Staatsschulden zu tilgen. Nur das Problem war, die Staatsschulden sind in der Zwischenzeit nicht gesunken, sondern im Gegenteil, die wachsen jedes Jahr munter weiter. Und Italien gehört inzwischen zu den höchstverschuldetsten Staaten in ganz Europa. Ohne Ende. Und das hat natürlich langfristig auch wirtschaftlich gesehen gravierende Auswirkungen auf Südtirol. Du hast die Wirtschaft erwähnt. Also eigentlich, was mich auch etwas schockiert hat, beschäftigt mich doch seit ein paar Jahren damit, es geht in Form einer Art Wirtschaftsdemokratie. Also das, was wirtschaftlich opportun ist, wird sozusagen vom Staat als grundsätzliche gesetzliche Bedingung gesetzt. Und ein Thema war auch, dass Regionen nur dann eine Autonomie zuerkannt bekommen, wenn sie, wie man das formuliert genau, einen ausgeglichenen Haushalt haben. Das heißt, dass über Reichtum in Zukunft auch die Freiheit definiert wird? In gewisser Hinsicht schon, ja. Und vor allem ist das Problem, dass hier keine Unterscheidung mehr gemacht wird zwischen den unterschiedlichen Voraussetzungen in den Regionen. Wir haben ganz aktuell zum Beispiel eine große Diskussion über die Krankenhäuser in Südtirol. Es gibt eine italienische Bestimmung, die sagt, dass bei einer gewissen Anzahl von Geburten in einem Krankenhaus, wenn diese unterschritten wird, dann muss die Geburtenabteilung geschlossen werden. Das macht jetzt vielleicht Sinn in einem großen Krankenhaus irgendwo in einer italienischen Stadt, wo im nächsten Bezirk wieder ein Krankenhaus steht. Nur in Südtirol betrifft das jetzt Krankenhäuser, wo das nächste Krankenhaus oder das nächste Spital eine Stunde oder anderthalb Autostunden entfernt sind. Und da hat es dann auch gravierende Auswirkungen, wenn in diesem Krankenhaus jetzt plötzlich eine Abteilung geschlossen wird. Und da macht der Staat aber überhaupt keinen Unterschied mehr, sondern sozusagen schert alle über einen Kamm. Und das kann es einfach nicht sein. Und da versuchen wir uns jetzt mit aller Kraft zu wehren. Und hier ist natürlich eine Empfehlung an die Bevölkerung, bei dieser Verfassungsreform mit Nein zu stimmen. Sozusagen das letzte Mittel, das wir noch in der Hand haben, um diese Verfassungsreform zu Fall zu bringen. Und für wann ist jetzt diese Verfassungsreform angesetzt? Das weiß man noch nicht. Der italienische Staat hat sich noch nicht entschieden, wann er diese Abstimmung machen will. Paradoxerweise nicht, weil es hier organisatorische Schwierigkeiten gibt, sondern weil die Regierung Renzi, des derzeitigen Ministerpräsidenten, Meinungsumfragen in Auftrag gegeben hat, die ihm prognostizieren, dass er derzeit keine Mehrheit für dieses Referendum findet, für diese Verfassungsreform. Und deswegen versucht man jetzt sozusagen, dieses Referendum so lange aufzuschieben, bis irgendwann einmal eine Mehrheit für die Regierung bei rausschaut. Derzeit heißt es, dass der 5. Dezember in Augenschein genommen wird, aber nichts Genaues weiß man in Italien nie nicht. Das klingt sehr typisch. Andererseits, wir leben in Österreich, da wissen wir ja noch nicht, ob wir am 2. Oktober wählen oder nicht. Was mich zum Abschluss bringt, du hast noch das Thema angesprochen, Weiterentwicklung der Regionen. Was stellt sie euch vor? Und wie soll sozusagen Südtirol aus der Südtiroler Freiheit in 10 Jahren zum Beispiel aussehen? Nun, ich hoffe, dass wir nicht in 10 Jahren, sondern in 2 oder spätestens 5 Jahren nicht mehr zu Italien gehören, im Idealfall wieder zu Österreich gehören. Und dann sage ich ganz ehrlich, dann kann sich Italien seine Staatsstruktur organisieren, wie es will. Das ist dann nicht mehr unser Problem. Aber wir haben heute gesehen, es gibt natürlich auch andere Regionen in Italien, wo es sprachliche, kulturelle, nicht italienische Minderheiten gibt, die von dieser Verfassungsreform jetzt genauso im negativen Sinne betroffen sind. Denken wir hier beispielsweise nur an die Aostaner, denken wir an die Insel Sardinien, aber natürlich auch an Triest, das ja immer noch von Italien verwaltet wird und das ja auch diese Auswirkungen zu spüren bekommt. Und deswegen versuchen wir ja auch gerade mit dieser gemeinsamen Pressekonferenz, die wir heute hier gemacht haben, sozusagen einen Schulterschluss aller nicht italienischen Volksgruppen im derzeitigen italienischen Staatsgebiet zu machen, damit man hier eben gemeinsam gegen diese Verfassungsreform vorgeht. Du hast das indirekt angesprochen, weil ich bin ja nicht nur Reporter, sondern auch Politiker hier, dieseits der Grenze. Eins noch, wann glaubst du, seid ihr so weit, dass ihr die Abstimmung machen könntest über das Thema Südtirol zurück oder nicht? Ich glaube, dass das sehr, sehr schnell gehen kann. Die Bevölkerung in Südtirol schaut sich derzeit ganz genau an, was in Schottland passiert. Dort plant man ja ein zweites Referendum, was aktuell auch in Katalonien passiert. Wir haben beispielsweise beschlossen, hier im Landtag, dass der Landtag mit einer eigenen Delegation nach Katalonien fahren wird, um sich anzuschauen vor Ort, wie man dieses Referendum durchführt. Und wenn sich die wirtschaftliche Situation in Italien weiter verschlechtet, wenn sich die Flüchtlingskrise in Europa zuspitzt, dann kann das sehr, sehr schnell gehen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt einfach, die Bevölkerung darauf vorzubereiten. Wir arbeiten auch mit unseren Partnern in Österreich darauf hin, dass man, wenn es zu einem solchen Tag kommt, vorbereitet ist, weil wir glauben, es ist einfach notwendig, dass hier früher oder später eine Entscheidung getroffen wird. Denn eine Autonomie, wie wir sie derzeit in Südtirol haben, ist immer nur eine Vorstufe. Das ist ja kein Endprozess einer Entwicklung, sondern das ist die Vorstufe sozusagen entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Die eine Richtung bedeutet Unabhängigkeit und die andere Richtung bedeutet erleichterte Assimilierung. Und ich glaube, es kann nicht im Interesse Südtirols sein, wenn sich Südtirol langfristig im italienischen Staat assimiliert. Da kann ich nur hoffen, dass der Nationalrat seinen Beschluss vom letzten Jahr ändert diesbezüglich. Das hoffen wir alle. Gut, dann herzlichen Dank. Schöne Grüße aus Bozen und bis demnächst. Danke.